Willkommen zurück. Sind Sie an einer Tour durch das Repcon Museum interessiert? Oder haben Sie eine Frage zur Firma, bei der ich weiterhelfen kann? Ja, haben Sie eine Frage? Ich kann Ihnen sämtliche Fragen beantworten. Vorausgesetzt, Sie haben mit der Geschichte von Repcon, Forschung und Entwicklung oder Robco zu tun. Robco Industries kaufte Repcon 2075 zur Unterstützung bei einigen von Robcos Militärprojekten und zur Entwicklung unbemannter Raumfahrzeuge. Die Verbindung zwischen Robco und Repcon nützt beiden Firmen und wir hoffen, dass wir so zusammen das nächste Jahrhundert bestreiten können. In Ordnung, aber Sie können... Während der Tour erfahren Sie alles über Repcons Erfindungen und erhalten Ausblicke auf zukünftiges, das durch den Mutterkonzern Robco möglich wurde. Ausgezeichnet. Bitte gedulden Sie sich einen Moment. Die Besichtigungstour wird gleich beginnen. Bereit für die Repcon Tour, Rocketeers? Dank der tollen Leute bei Robco bin ich heute Ihr Führer auf dem Weg zu wissenschaftlichen Entdeckungen. Wie kann ich Ihnen dienen? In dem bleiverkleideten Kasten hinter mir befindet sich ein Brennstab aus einem unserer Reaktoren. Treten Sie nicht zu nahe heran. Und weiter geht's. Rechts sehen Sie einige alte Sicherheitsfässer, in denen Repcon Feuer radioaktiv Müll lagert wird. Sie sind absolut sicher. Links sehen Sie einen Berg an Repcon Sicherheitsfässern, die laut einigen Beamten unsere Umwelt vergiften. Was natürlich lächerlich ist. Hinter mir befindet sich unser neuestes Raketenprojekt, das wir geheim halten bis zum Start, wenn Sie mir dieses kleine Wortspiel verzeihen. Und vor mir steht ein nicht maßstabsgetreues Modell unserer Startgruppe, von der wir unsere Raketen donnernd in den Orbit schießen. Racketeers, diese bunten Dinger hinter mir sind Rapcons erste Flugversuche. Lesen Sie sich ruhig auch die Plaketten durch. Jetzt kommen wir zum Höhepunkt der Tour. Dank einer großzügigen Spende von Robco tauchen Sie nun ein in die Welt der Roboter. Hier sehen Sie den bedrohlichen Wachbott und den stets hilfsbereiten Mr. Handy. Das liegt bei uns einfach in der Familie. gemsie in der Woahbott Und halten Sie sich von zugangsbeschränkten Bereichen fern, zu Ihrer eigenen Sicherheit. Willkommen im Hauptsitz von Repcon, Rocketeer. Sind Sie hier, um unsere Anlage zu besichtigen? Das war's für heute. Wie kann ich Ihnen dienen? Wie kann ich Ihnen dienen? Gültiges Gesichtsmuster erkannt. Wie kann ich Ihnen dienen? 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 Wie kann ich Ihnen dienen?